ja willkommen mein name ist dann die rt und ich begrüße euch zurück zuletzt play tells of hysteria wahrscheinlich letzte aufnahmesession um das spiel durchzuspielen und ja in der letzten folge haben wir schon diese sind ja die mavi logo tiefen betreten und ich glaube wir sind schon sehr nah dran den letzten kampf hier abzuschließen und ja ausgehen habe ich kein bisschen trainiert ich glaube ich habe den herrscher des landes ein bisschen gelevelt normal ja deswegen ich jetzt hier voll schnell rennen kann und ja jetzt geht aufgetaucht ich weiß nicht wann genau aufgetaucht ist aber es ist aufgetaucht und was will bros wenn wir jetzt sehen was 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 hat na 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 si Ich kann auch die Hügel auswählen. ich bin mir gerade ein ach wir haben ja sogar noch was na gut vergessen wir den letzten kampf wir müssen noch sachen machen quasi strippe hey muss sowieso noch mal ins gasthaus gehen um mich hoch zu weil die sk sind voll im eimer gemüsesticks aber die habe ich gerne eingesetzt dann glaube ich immer dinge es gegeben hier wie heißen die dinger kanaren fähigkeiten punkte sowas ähnliches wenn man neues lernen konnte ich so schnell rennen kann jetzt okay dann machen wir das hier noch gibt es doch nie aktiviert aber ich kann da gibt ja irgendwo jetzt da hatten ich mal kurz gucken wir sehen wieviel es gibt sie schon wind amortisierung ja 71 na 40 haben wir was mir ist 30 nomen kann es gibt es 50 oder wir sollten lieber nicht darüber nachdenken was du über ihre brutverhalten aussagt 150 235 ach ja ja ich werde niemand verkaufen also ich habe es doppelt ich könnte schwer werden wir hätten noch irgendwas wichtiges zu tun ich würde mich eigentlich für mich was wir sehen es gibt es der kein kein Das war ein bisschen so ein bisschen verrückt. Hmm... Ich habe mich schon einmal zu treffen, als ich zu sehen, als ich zu sehen. Ja, ich auch. Ich hatte auch zu sehen, als ich 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 zu sehen. Du hast mir so einen kleinen, kleinen und sehr schrecklich gemacht. Wenn ich mich so gefährdere, dann bin ich so schwer. ich werde schon wieder auf die katzen schon wieder so weit weg so weit weg da man so Was ist das? Genau. was machen wir so ein kleines bar und ich war schon wieder so ich hoffe ihr könnt euch nicht verbinden die weg aus mann mann die beiden alleine gehen natürlich voll schnell drauf also mit klei und ich habe kriegt er einfach nicht hin sehr schwerer kampf ich bin gerade was also man helfe ja ist gut wird schon wieder sehr geil ich freue mich zählen gar nichts ab ich will nicht jetzt mal wenn die party geändert wird ich glaube ich gehe erstmal aus der kann wahrscheinlich die wieder voll heilen ja geil danke lass mich ja 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 was hat wird nicht einfach ich will nicht nach vorne ich will leute lädt mich an noch so einen schweren kampf ja einfach nein 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 die kamera einfach nur mystik als einsetzen ich habe doch das ist ein scheiß kampf hier ja jetzt bin ich wieder beteuert und tot alter oh mein gott leck mich am arsch nein ich bin ja das war gebracht nehmen alles teiler meine güte wenn ich jetzt mal abziehe ja 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 ne 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 schwer noch gemacht im kampf gerade auch mit pistole aus was soll jetzt hörst du auf damit ich zähle jetzt gar nichts und schwerer kampf muss da jetzt nicht sein ich freue mich an die ganzen einzelkämpfe aus tipps app man seine party mitglieder kämpfen muss was gibt battles oder dass ich oder land war mal den ihr zwei gedruckt haben dann irgendwie klappt er war nicht gut ich bin ich habe mehr aber sieben ganz klein bisschen mehr ab ok auf jeden fall mehr also lange keine mystik als einsetzt müsste eigentlich hier so lange euch nicht verbindet was ihr wahrscheinlich machen werden wobei wir ganz schön üble trainingssession ich komme ja manchmal nicht raus die medien ist nicht echt das ist jetzt nicht wahr wenn verdammte mystik einsetzen ja ist gut ist gut ist gut gut ja okay ist gut ich kann nichts machen ha ha hörst du auf dass du auf damit also ich komme nicht hier also ich komme nicht zu irgendwas nein echt jetzt also du übertreibst jetzt hier ein bisschen die wollen mich umbringen habe ich das gefühl jetzt kann ich schon wieder nichts machen du bist nicht warum setzt du nicht hier alter oh mein gott ey das stärkste kam bisher ich meine turtles war so stark ich komme nicht mehr an zabe dran ja und dann kennen die mich wieder wie blöd und ich komme nicht zu irgendwas kann ich auch mal wieder irgendwas machen danke junge endlich meine fresse ist dann beide um stirb jawohl oh mein gott ich hoffe jetzt ist noch einmal eine mystik ein ein die kamer irgendwie auf den nerven hat der immer einen doppelten ausweichschritt macht ich will gar nicht zweimal auswärts hat wird lange dauern so verlangsamung sehr gut schon treffen jetzt noch alles teile einsetzen damit der effekt hier weg geht aber ich gehe jetzt hier machst du jetzt holst mir verdammt das war es übel ja so ein training ja nur das ist auch kein training meine bitte ich habe keine ich habe jetzt angst ja außerhalb der amortisierung zu gehen ich habe jetzt noch ewig dauern ja ein bisschen mehr ab jetzt die ganze zeit daneben sorry das so retten aber weiß ich alles so rettner seiler so red sorry und micro was jetzt nicht zurück ok ok ich glaube ich dass man bringt mich ja bei einer um ob die schild oh mein gott da wird nicht viel abziehen glaube ich zweiter bist du anfällig den wind habe ich nicht der kampf dauert viel länger als eigentlich sein soll es sein müsste wenn wir kommen jetzt sofort wird er jetzt noch länger dauern 100 ab sie mit dem alles teiler aber ich kann nicht deaktivieren das macht mich die mystik art alle viel zu lange der kampf ich wollte nicht irgendwie in der story weitermachen heute 15.000 hat sie noch das dauert ewig ich habe ja 2.000 dauert viel zu lange leider die am meisten abgezogen mit seiler das zieht sogar mehr ab auch wenn die abwehrt oder nicht wohl doch eigentlich schon also dann abzuwehren wir merken leila story zieht sehr viel ab oberst du mein gott wäre die amortisieren sich jetzt Was ist das? Das ist das... Was ist das? Rose! Ich bin... Ist das okay? Danke, Slay, alle! Ich habe etwas gesehen. Ja. Du hast es gesehen. Ich werde mit dem Schrauben. Ich weiß nicht, dass ich nicht mehr, wenn ich mich auch nicht mehr so kiega ging. So? Rose, ich wollte ein Grund für die Kraft und die Kraft und die Kraft. Lachen Sie mal wieder? Es geht mal um den letzten Kampf für die Zucht. Ich glaube, ich habe nur meinen Geist bekommen. Ich wollte nur meine Kraft, sondern nur meinen Kraft. Ich werde mich an deinem Antworten verletzen. Ich werde mich an den Zettel bekommen. Jedeh mich. Ich werde mich auch nicht verletzen. Das ist ein Lied von uns zu sagen. Ich habe eine gute Frage, die ihr euch an. Oh, das ist doch schon gut! Ich habe mich verletzt, aber ich habe es nicht geflogen. Was ist das? Ich habe mich nicht interessiert. Ich habe mich nicht geflogen. Ich habe mich nicht geflogen, aber ich habe mich nicht geflogen. Warum? Ich habe mich wirklich gut mit dir. Oh, Laila! Das war's für heute. der kampf hat er ist in sich ich will gar nicht wissen wie stark der endboss dann ist ich will gar nicht mehr so ich will gar nicht sagen ich will gar nicht mehr Das war's für mich. Das war ein Professor Doktor. Volta Krone und Titel wurde hochgestuft, Neu Mystic Art nehme ich an, nach uns geht, komm, komm, da kam, nein, egal, wo dann werden wir in der nächsten Folge mal nachgucken, was er hier so Fähigkeit ist und ich sehe euch dann in der nächsten Folge von Letzten of Hysteria, ich bleibe mich alle herzlich fürs Zuschauen, zack, tschüss, bis zur nächsten Folge.